Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Gestern waren wir in Herbach, Marcel und ich im Seewon. Und heute im Düsseldorf, Marcel, ich und Marcel. Benjamin! Benjamin in der Seewon, hallo! Ich bin zum ersten Mal in Düsseldorf, zum ersten Mal in Düsseldorf. Wir wurden in Düsseldorf. Eine Premiere hier. Ja. Und wir haben gleich gestartet, zum Höhenblitz. Und jetzt wollen wir uns auch zum Abflachen starten. Und wir nehmen euch leider wieder mit. Ciao. Mal in Düsseldorf. Wir sind im Tose von der Düsseldorf. réalerbefore字. wraths contact. Hallo! Wir sind jetzt Happy Sailor Howei gefahren, ein Klassiker, ein Magdrucktum, den bin ich sehr gerne in den Mildenberg gefahren, wenn er da war. Ja, bloß leider fehlen die zwei Figuren, was oben noch eigentlich rumdrehen, am Wasser, also vor dem Wasserbecken, aber immer wieder schön damit zu fahren. Aber, ja, das Off-Ride ist ein bisschen, ja, verkackt, lustig, wir wissen nicht, ob ich es online stellen soll. Er hat sein Mikrofon angehabt und hat seine Mitarbeiter. Nein, du gehst nicht, du, ja, du nicht, reingeteilt. Ja, guck, aber eigentlich ist es ja lustig, was zu sehen. Ja, und dann nochmal, du machst die zwei, du machst die drei. Was? So, tolle Off-Ride-Fahr. Ja. Also, Lagerpunkt sind bis jetzt, wie soll ich sagen, gefahren. Ich glaube, wir fahren gleich in Dritte. Welcher? Die hier? Ja. Die Queen of Coaster. Na, fast. Fast. Aber damit werben sie aber. Nummer zwei. Oh, da steht der Big Bamboo, wo man eigentlich nicht filmen darf. Das ist der Big Bamboo. Nicht filmen, nicht filmen, nicht filmen, Thomas. Komm, dann setzen wir uns immer ein Essen rein. Leben am Limit. Ich weiß nicht, ob das ja erlaubt ist, oder ... Oh, da hat einer eine Mütze verloren. Da hat einer eine Mütze verloren. Bayern lauschen, Thomas, alle! Hey, die Mütze runter! Passiert. Passiert. Gestern ist ein Handy kloben. Ja. Voll der Schlabbar. ich weiß nicht, ich glaube ich habe gehört, dass ich Thomas einladen ich weiß nicht, ich glaube ich habe gehört, dass ich Thomas einladen das war das kein glasmer Sinn Los, ich will sehen, was wir machen Wir sind die Queen gefahren. Nein, liebe die Queen. Nein, Quatsch. Wir sind nicht in England. Was? Vergiss das Wasser. Nein. Wir gehen weiter. Wir gehen nach Hause ins Hotel. Wir haben uns ein Hotel gegönnt. Eigentlich wollten wir alle Einzelzimmer haben. Marcel wollte nicht alleine schlafen. Wir haben ein Viererzimmer. Ein Bett ist frei. Willkommen, guck mal. Nein, der hat aber selten die Aussagen einfach. Kann er sich aussuchen. Ja, dann kann ich mir schnell nach Hause geradeaus. Ein Bett ist frei. Ach so, ja. Ja, das ist ein Bettlängsel. Nein. Darf ich mich jetzt auch nicht hier oben? Hast du gehört? Ja. Hast du gehört? Was? Gut. Besser ist das. Was denn? Höchst. Schau den Vlog an. Ja. Oder eine Frau. Dann kannst du eine Vierer haben. Äh, Dreier. Äh, Dreier. Äh, Edel. Ja. Keine Ahnung. Nein, Quatsch. Das soll aus. Können wir nicht. Können wir nicht springen hier in Juden. Das geht mir gar nicht. Nein, nein, nein. So, wir haben jetzt hier zwei Attraktionen. Shake and Roll und Bayern Tower. Boah. Jetzt abstimmen, was wir fahren sollen. Wir fahren Check and Roll. Na, Kommanda, was wir jetzt Check and Roll fahren, dann haben wir auch mal den. Check and Roll hinter uns. Boah, einer holen. Die muss sich. Komm, machen. Dann, machen wir mal den. Peace, Karussell. Ich weiß nicht, wir müssen nicht mehr fliegen. Ich weiß nicht, wir müssen nach oben drücken, dann ist raus. Vorsicht, noch mal eine Bezeichnung. Ja, und sind wir soweit. Wegen aus, die Spiele sind eröffnet. Wir fangen an. Ja, wir müssen unter dem Bügel bleiben. Alles Worte, ja, fangen wir jetzt an. Nachher, bis wir uns wieder an. Ich, Heide-Bank, wir sind jetzt immer soweit. Ja, alle Maschinen, volle Karte von Mars! Ja komm, wir schmeißen die Kammern! Ja komm, wir schmeißen die Kammern! Achete, wir schmeißen die Kammern! Achete, achete! Was ist denn jetzt am Schmoll? Nein, bin ich jo! Nein, bin ich jo! Wir müssen noch mal fahren! Ja, falls heute Abend noch einmal, wenn es Platz ist! Da ist Platz, aber dann mache ich mir Platz! Was machen wir hier? Wir sind gerade Schengenroll vom Schäfernfahren! 4,50! Ich hab's gehofft! Wir sind jetzt beim Dritter! Der Fünf! Schäger! 2,50! 2,50! 1,50! Und jetzt kämpfen wir uns langsam vorher! Richtung Skater! Aber davor haben wir noch... Havaisling, Konga, Skater, Manitou, Windwasserbahn und dein unthematisierten Laufgeschäft. Guck mal, da ist die Bude, die im Kennzee war, wegen der Brüste. Oh ja. Es ist ja nur wegen Stuttgart. Nur in Stuttgart, als ich damals versperre. Das komische Völkchen. Ja, da haben wir hier ein Laufgeschäft. So, crazy is that? Ja, ja. Ja. Oh, Marcel, Sir. Riesenrad. Ei, ei, ei. Die andere Seite gegen mich. Wir sind auf jeden Fall. Das ist gar nichts. Also, wir werden jetzt sehen, was wir fahren. Benjamin will auf jeden Fall Konga fahren. Zirkus, Zirkus. Ah, stimmt, wir haben noch Zirkus, Zirkus hier. Der ist auch noch da. Oh. Mich nicht in Darmstadt fahren. Könnte man ja jetzt hier mitnehmen, ne? Ist er ja da. Die Mutti. Schalt mal her, den kann man Mutti sagen. Ja. Ja. Aber er hat sich so, ja. Man weiß nicht, man muss immer den Bügel zuschlagen. Ja. Ja, man weiß nicht. Man muss den Bügel immer zuschlagen, dass es einpasst. Ich fahre hier. Oh, jetzt dürfen wir fahren. Ich geb mir das heute wohl nicht. Also, mein Highlight ist auf jeden Fall Skater, Dr. Archibald, Predator. Noch eine Kamera, noch eine Kamera, noch eine Kamera. Schalt mal auf, noch eine Kamera. Hab ich schon gesehen, der war beim Shaker gewesen. Wo eine Kamera? Nicht der Kippelwagos, nein. Wo noch eine Kamera? Immer diese kleinen. Wollte fahren? War mal. War mal. War mal. War mal. War mal. War mal. So, Herr Kurzgesichtsgott, ich sehe jetzt ein Haus am Ort. Geht's euch noch gut? Ja! Mein Gott, müsst ihr jetzt an den Hände klatschen. Applaus, Applaus, Applaus. Jawoll, danke schön, da leben wir noch mal oben. Legen wir noch mal hier, 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 Lovely, zusammen. So, ein kurzes Sitz reminding euch. Wie sieht's denn aus? Geht's euch noch gut? Ja! Na, müsst ihr jetzt an den Hände klatschen. Applaus, Applaus, Applaus. Jawoll, danke schön, da leben wir noch mal oben. Legen wir noch mal� on burschen, đây,prochen. Aua, Aua, Aua! Na, dann probieren wir es mal! Bauch ein, just los! Passt nicht! Jungen, 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 jetzt schrieb man mal ab hier! Ja, du magst es nicht! Jetzt nehme ich es nicht mal richtig an! Ja, andere Tür! Ja, du magst es nicht! Ja, du magst es nicht mit Ihnen! Wir sehen uns schon wieder. Wir haben Zylos, Zylos geschafft, damit ich dich noch umführe. Formel-Undrader-Kasse liegt jetzt in der Formel-Undrader-Kasse. Zylos, Zylos, Zylos. Dann bin ich Skater gefahren, endlich, Mann! Es geht aber in die Richtung... Also, ich will jetzt nur mal sagen, jetzt Hohmann wollte gerade ein Block sein, machen wir, dass du nervst... Achso, dann machen wir das nochmal. Moment! So, jetzt sind wir wieder da. Da ist meine Kamera verschmutzt. Jetzt sind wir wieder da, wir machen beim Skater. Der Thomas ist gefahren. Wir sind jetzt Zylos gefahren. Dann sind wir Skater gefahren. Ich wurde reingefügelt. Ja, Marcel hat sich reingefasst, den Skater. Und wir wurden mehr. Da, der Olli, der Kipps-Counter. Ja... Ach, Thomas, was ich jetzt sagen muss. Dreh mal um! Nein! Ich hab die Layla gehört. Im Fetzelt. Ich hab'n Bruch! Keiner zickt mit. Haha! Düsseldorf schwach! Hoch, hoch! 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 Ein Bruchgeschäft! Wo ist das B in der Mitte? Ach so, da! Kindergau ist ein Bruch! Ja, bis B! Ja, und ist gut! Voila! Wir gehen jetzt hoch. Das ist unser Plan. Dann müssen wir noch einige On-Rides und Off-Rides holen. Von Dr. Eichenwald noch heute ja schon... Das steht noch von den ganzen Break-Ups. Skate Off-Ride. Predator. Zittergang. Spring. Hau her an Aktion. Ehemalige Geisterwand. Infinity. Conquer. Hang-Oper. Swing. Am I Swing? Am I Swing? Hey, mach mein Kobo nicht kaputt! Böser an! Böser an! Hau her! Ja! Ja! Gänsematen gehts voran! Ja! Hau her! Lauf doch mal alle schneller, wir haben eine ganze Dachzeit! Ja, dank dir! Achtung! Soll ich von hinten gucken? Nein! Wir müssen Break-Naps machen! Ich schau gerade aus! Ich schau gerade aus! Nein, so nicht richtig! Ach, du! Alles gut! Mach kein Lauterer! Das ist doch der Sven! So, die nächsten 5 Minuten werden die chaotischsten Minuten hier... Gell Thomas? Was? Zack, ja! Nein! Ja! Was? Nein! Was? Was? Also Düsseldorf bitte aufrücken! Düsseldorf rücken Sie bitte weiter auf hier! Hier ist die Geister-Vellerhof-Stadt! Eine Geister-Stadt von Vellerhof! Das ist eine sehr gute Geisterbahn! Das ist eine sehr gute Geisterbahn! Die Bombe haben wir auch schon drin versteckt! Den haben nur interne verstanden! Und jetzt müssen wir vorrennen! Jetzt renne so rechts! Wir haben einen verloren! Ah, ne da! Hallo! Hallo! Wir haben doch keinen verloren, da sind sie! Hallo! Neulich Filme? Ich will mich da vorne stellen! Am besten doch so! Hallo! Komm her, go! Bei mir die Läden, ne! Du musst so viel Zeit einfach mit den Freunden stellen! Hallo Fans! Hallo Freunde! Hier geht's lang! Hallo Klaus! Wir erkliblen, Dr. Archival! Und filmen in eine leere Halle! Hey! 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 Knöpfe! Hallo, 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 komm mal hier. So Freunde, wir legen los, jetzt geht's ab hier. Tolle Pulle! Thomas, die muss die Deko mit, hier. Die Deko. So, wir sind gespannt. Hey, 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 Stimmung! Hey, hey, hey! Das ist schon ein Monster. Monster an Deko. So Freunde, wir legen los hier. Volle Power! Pssst, auf, wie kann! Achtung, komm! Achtung, komm! Was? Was? Leider keine Prischau, also, definitiv die Kaupen-Pedan-Wahn. Schade. Darauf hast du vieles gefreut. Alles? Als war die. Eieieieieieiei! Proben sonst nicht alles! ولium 3! Ha-dago! Diese beklagten YouTuber! Eieieieieieie! Stau! Mit viel Schwung und Tempo, wir starten! Du brauchst irgendwann den Laden auseinander. Einmal zum Mitnehmen. Wir drehen weiter. Wir brauchen mehr Energie. Da passiert ja gar nichts. Signal. So geht weiter. Wie ging das noch mal mit Phantasialand? Wir starten vor sich, bitte. Hallo. Wir brauchen mehr Energie. Nur das Gute kann das Böse besiegen. Halb. Oh, tolle Pulle. Ich bin jeweils rausgefraut. Jetzt hast du die Hand. Weiter geht's. Weiter geht's. So, wir legen los Freunde. Leute, machen wir. Jetzt geht's los. Thomas. Sicherung. Jetzt geht's los hier. Was, der fahrt irgendwann den Laden auseinander. Das ist mit Commander. Sieht schon so runtergekommen aus. Das war das Settelvideorein. Das steigt mal raus. Alter. War gemein. Da ist schon nichts mit dran. Der geht schon immer richtig. Wenn ich beim Settelvideorein anmache. Ach du. Drill geht die ganze Zeit das Licht an. Aus. An. Aus. An. Aus. Da vorne müsste jetzt alles für Abholz sein. Das könnte es ja wohl für den Zehner holen. Okay. Wir haben auch mal. Oh, du hast es ausgeschaltet. Wir haben auch. Wir haben auch. Wir halten den ganzen Verkästchen wieder auf. Wir machen das immer so hier. Ich weiß nicht wer das ist. Was willst du? Wir halten immer den ganzen Verkästchen auf. Aber wir haben nur Spaß. Geschäft? Das ist kein Spaß mehr. Das ist nicht mehr normal. Spaß bei der Arbeit. Wir sind jetzt ein Terrorist bei der Arbeit. Stellen Sie die Leute auf der Arbeit. Auf! Gehen Sie weiter! Wir kommen immer näher. Ja, wir kommen dem Ziel näher. Ich glaube, ich brauche noch ein Cola-Bier. Hä? Ich brauche noch ein Cola-Bier mehr drauf. Ich brauche noch mal Wasser. Ah, und Masse, oder? Und Masse-Cola-Bier. Das ist nur ein Liter. Das ist der Klimawandel. Ein Thermostat-Kopf. Kann man auch, dass es losgeht? Das ist der Klima-Kopf. Ja, da hat ein Thermostat-Kopf. Ja, da kommt es. Da fahren die RTX-Grafik-Kaffen. Tschüss, Masse! Das sieht so schön aus. Das sieht er aus. Boah! Schön, das müsste ich sehen. 18-Jährigen. Hier sind wir absolut asynchron und weiße. Ja. Super schwommen und asynchron, geil. Das passt sich so leicht an. Oh, Hilfe. Das war ein besserer Cut. Hallo. Guck mal da vor uns. Hilfe. Der Tunnel. Ah ja. Da geht's jetzt bergauf, bergab und jetzt geht's berg runter in einen LAA. Kronen leistet sich, Fässer, ein Geist auf dem Zug kommen, Kerze. Und im nächsten Raum, ein Kopftritt. Da geht's. Oh, ja. Wow. Wow. Hä? Oh, nice show, Thomas. Schau mal, ob es hin. Die Polizei. Oh, da vorne ist die Polizei. Ja. Ja. Oh, da vorne bin ich zu. Und dann fahren wir in den nächsten Zeit-Tunnel. Jetzt fahren wir in die Kurve. Marcel. Oh, jetzt geht's weg ab. Oh, da vorne ist der Roboter. Oh. Oh, da vorne ist der Roboter. Oh. 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 Der macht einen Moonwalk. Moonwalk. Oh, yeah. Oh, ey. Mach mal den ganzen Müll da weg. Oh, meine Augen. Oh. Oh. Oh, eine Elfe. Ein Drache. Oh. 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 Oh, eine Elfe. Pilze. Oh, da kommt wieder Hilfe. Da ist ein Feuerwerk. Was? Rechts. Rechts der Drache. Ja, das steht. Mach mal nicht zu. Nein. Da ist jetzt der Drache. Der speit ein Feuer. Ja. Der sitzt genau über uns. Oh. Brandt. I repeat it out. Hy, da ist es nachher. Der raushack hat. Der kommt Oh, shit. ahhhhhhhhhhhhhhhhh. Uhhhhhhhhhhhhhhh. Hallo. Hi. Hallo. Hallo. Hi, hallo. Hallo. Blat, 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 neighbours. Stimmung! Stimmung! Jetzt geht's weiter! Kommst du nicht? Oh! Ja, ich denke, Camo! Sonst hat der Massage! Jetzt wird es knapp! Die Wasserziele beginnen! Was? Die Wasserziele beginnen! Ja! Komm mal, komm mal! Nico, das Wasser! Hallo! Hey! Achtung! 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 Da sind sie, Papst. Wir lassen uns überraschen, wo die Fahrt ist. Bewegt, bewegt, geht. ! ! ! ! ! ! ! Einbier wurde am Tag aufgelöst. Der Unterschiede und Züge sehen, dass der Interviertel des Palästres im Markt ist. Es gibt seine Ideen. Die Züge und Züge. Hier ist der Züge. Im Garten des Palästras im Bordring des Chancen. Da ist die Neuheit, Escape, Körmer, starten. So, drehen wir mal auf hier, ab mit euch. Und los! So, drehen wir mal auf hier. Legen wir mal auf, kommt mit! Ja? Ja? Bisschen lauter hier. Wir sind in der neuen Karussell. Bisschen lauter! Escape, Körmer, Mann! Faszin! Ich hab's ja eher, ja, verglichen mit Makur und Eikra, fast auch so. Aber thematisch, sehr schön. Es ist gut, dass sie das getrauschamt ist, dann zu haben. Und ich mein, ist das Familie? Ja? Ja! 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 Ich hab's ja auch so Neuheit, aber wir haben ja alles gesehen. Ja! Einmal rum! 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 Und an! Einmal rum! Ich hab Kraft! Meine Bruchsmarmann ist Leider, wie schön der Ring, na geiler. Lalala-la-la-leider, wie schöne Leider, wie schöne Leider. Jawoll. Was sind das denn? Wir brauchen Fangen. Es gab nicht nur drei Hügel. alle alle eine kleine Schlange eine kleine Schlange schönes Feines jetzt habe ich hier jede Menge die kleine Schlange das ist gleich Mama nein 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 du hast keine Black Mapa da unten naja naja eine Warneschlange an der Kasse und Ebert bildet sich für den Maus der bremst der zieht durch und zum Schluss nicht so die Horrorbremse ab jetzt sind wir gestern da steht da eine starke Bremse aber die ist aber nicht möglich gestern hatten wir eine starke Bremse gehabt bei jener Blockbremse zackt drin beim X-Racer da auch mal Coaster und da Big Monster äh äh die Warneschlange ach scheiße ach die gehen noch bis zu der ganze hallo big monster big monster big monster big monster so jetzt jetzt gibt es kein zurück mehr für euch jetzt wisst ihr da durch durch das graue zu spät es geht los die 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 spät die 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 Ja, es ist wieder ein Spaß hier, hoch und nieder immer wieder, der Zammtischung, vielleicht, wie sieht es aus heute? Könnt ihr noch eine Runde? Ja, es ist wieder ein Spaß hier, der Zammtischung, vielleicht, wie sieht es aus heute? Ja, es ist wieder ein Spaß hier mit Alvaro Soler, die Spaßmaschine Nummer 1, meine Lieben, aber das ist es. Es ist noch lange nicht alles hier, ich bin noch lange nicht fertig mit euch, denn aufgepasst, jetzt zeige ich euch wieder, wie man richtig Monster fährt. Jetzt kommt richtig Schwung in die Gisse, jetzt geht es los! Jetzt kommt richtig Schwung in die Gisse, jetzt geht es los! Ich bin der Sky-Dry, Mann. Ja, ich hab noch was zu hier einst. Hier kann man das Big Monster. Ja, gut. Es geht und es ist lustig. Wie es sein soll wird. Jetzt geht es mal wieder weiter. Marcel und ich müssen unsere Akkus noch holen. Das müsst ihr immer tun, ne? Ja. Die liegen hier beim Happy Dream. In der Kasse. Aber wir haben hier noch die Großgeisterbahn. Da haben wir heute Predator. Und dann sind wir alle wieder beim Höllenblitz. Wo wir auch die ganzen Klockenstall fahren. Jetzt schon ein langer, langer, langer. Oh, normal. Ah, langer, 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 langer. Da gehen sie. Da haben wir wieder Lone-Left. Ja. Marcel haben wir auch noch verloren. Aber gut, abgelegt. Da haben wir die irgendwo gelassen. Da haben wir seit Tiefpunkt wieder so... Das ist voll Zeit. So. Da haben wir jetzt noch ein Skater. Da fehlt mir noch an Offright. Ich muss uns jetzt nachholen. Nachholen. So, ist ja. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ja, da geht's noch was los, beim Küchenmeister. Oder wie YouTube ja erzählt, Konka Kuchenmeister. Ja, immer diese Raucher. So, wir müssen weiter. Ja, wir wollten ja noch Hawaii-Swing fahren, wir wollten noch Brake-Dance, Predator und... Wenn wir noch was sehen, dann waren wir es noch. Ja. Wir haben noch eineinhalb Stunden Zeit. Wir bleiben hier bis zum bitteren Ende. Tour für euch. Auch für mich. Für uns. Für alle. Wir können ja nachher nochmal bei der Bildmaus nicht zu sehen gucken. Vielleicht ist da ja weniger los. Ja, jetzt können wir mal gucken. Jetzt können wir mal gucken. Wenn wir jetzt Hawaii-Swingen. Können wir mal gucken. Geil, das hassen aber. Weill! 5! 5! 6! 6! 4! 5! 6! 5! 6! Musik wir sind hawa ist wegen gefahren ja ich sag mal so der schäger ballert besser und ist auch schöner ganz einfach ja ja ich sage ich weiß wir angebesten eine fahrzeit reis lang ja das wird jetzt auch uns umgegeben auf jeden fall wir begehen uns begehen uns Richtung Predator weil das ist auf jeden fall auf meiner To-Do-Liste ich brauche einen Predator weil Richard und der Transformer jetzt bei uns absagt und hier habe ich die Möglichkeit Predator fahren dann fahre ich auch Predator der muss mit es gibt kein Wenn und Aber sondern er muss mitgenommen werden und den Marcel werden wir einen auch wieder finden vielleicht vielleicht wenn er es findet 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 mit seinem E-Scooter in Düsseldorf ja genau durchheiz oh du schöner Bayer Tower oh wie schön ne jetzt wird die Fahrt zu kurz leider ja wieder das Shake & Roll ja ja von der Menge an Leuten könnte man es ja auch noch mal machen ja oder Helblitz oder ja mal hier ja 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 wir schauen mal was wir noch aus dem Tag rausholen können oh für den Kinsler Kinsler auf jeden Fall irgendeinen Breaker auf jeden Fall ist mir egal Predator Breaker dann sind wir alle glücklich ja also wir lassen uns überraschen was die letzte Stunde hier noch passiert los jawohl 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 Das war's für heute. Raus aus Predator, da war das wieder geil, ich feiere auf Predator, na gut, ich kann das nicht mitreden, weil ich immer noch nicht den Transformer gesehen habe, da werde ich auch ein bisschen mehr sehen, weil, bei Türk haben wir noch abgesagt, bei Freunden da, wir haben einen Anzug aufgenommen, ne, den sind wir ja nicht mehr so schnell, da habe ich mal hin, das war ja, raus hier, er ist nicht eingefallen, das ist schön, aber jetzt sind wir beim Einen Klassiker, den müsst ihr auf jeden Fall nicht sehen. Heute hat es eine ganz komische Musik, der Kiltzer Breaker, ja. So, letzte Runde, dann darf ich noch eine verbreich sein. Welcher Mann, da kann man noch mal? Ja, toll, ja. Ich würde gerne Roadtour fahren, aber, 5 Euro zu fahren, ja, okay. Jetzt sind beide, jetzt sind beide. Aber, endlich, jetzt kommt, aber, wenn man nur zuschauen will, auch 5 Euro verlangt, ist schon hart. Aber, wenn du ein TikTok-Video von innen hast, kriegst du einen Preis drauf. Wenn du ein TikTok-Video machst vom Roto oder auch von einem Alfa, brauch immer kein TikTok. Doch, nicht weiter. YouTube? Egal, Scheißsaug. Nee, dann finde ich, Strasbourg, eine Französische, besser, 1 Euro, das kann man eher machen. Aber, 5 Euro dann für Verlage? Nee, das ist zu hart. Ja, wir haben Breaker, Künstler hinter uns. Guter Breaker. Guter Breaker. Schön, auch Ken. Können wir den mal machen. Reinigt mit Patricia, also Kommandor, wenn wir ins Bade, da geht die Partie auch. Ja. Unser ist auch mit gewesen. Und jetzt gucken wir uns noch den Bruch an. Und dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Und wir in Düsseldorf. Aber bis jetzt hat alles funktioniert, was wir machen wollen. Okay. So. Ja. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 auch bezahlt das ist genau die schraube egal hiermit beenden wir jetzt nun unser vlog ciao 1 2 2 2 3 3 6 6 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.